das war wir leute hier bei destiny wir haben ja gerade hier mit unserem freund ronaldinho eine mission gemacht jetzt heißt es entweder also wir jetzt warte mal letzte start da kann man die andere mission machen oder wir fliegen mal auf den mond eigentlich los das ist eine sechster mission das ist natürlich ein bisschen krass dann werden wir erstmal kurz zur ne warte mal ich will zum turm weil ich will ja mal gucken aber dieses abgeräte macht es wäre interessant da gibt es auch eine geile waffe alle drei eine neue mal gucken was so geht weil irgendwie big mit ja nicht zufrieden ich gerade habe das ist irgendwie nicht so das richtige für mich jetzt lädt er sich wieder tot wie teilt so ist bei destiny ach mein freund los fliege fliegt zum typen zum reisenden da hat man auch ein mini spiel draus machen können aber anscheinend wollten sie dies nicht das hätte mich sehr gefreut dass ich die wartezeit ein bisschen überbrücken könnte das ist natürlich sehr ärgerlich jetzt hier alles oh das dauert aber auch hier wieder also ich muss sagen ich weiß im internet und so blablabla das funktioniert ja auch eigentlich alles aber irgendwie die ladezetten sind trotzdem schon krass jetzt geht es los also wenn da irgendwie musik kommt dann jetzt richtig rund vielleicht musst du auch erst mal bis zur erde also bis zu dem stadt zu der stadt fliegen so gucken wir mal da ist schon mal grün da ist schon mal grün dann werden wir erstmal hier hin das kürzer ist der kriptarch prämie für interessante funde abholen ach welken hausbahner gefunden habe so dekodieren Siena jaguar nummer 21 21 r2 was ist das hier erwerben nö wirklich nicht gib dir mein geld nicht jetzt kann ich mir ach bei der vorhaut eine vorhautprämie abholen ist ja auch geil go 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 so Mr. Daft Punk wieder eine prämie was nehm ich äh warte mal ich hab ja nen krassen helm ich nehm mal hier die handschuhe das auf dem allerneuesten stadt so was ist das hier Level 4,6 alles mögliche hab ich nicht Level 20 hab ich auch nicht so ich hab jetzt hier 17 21 24 so dann hab ich hier noch das alte Beinschutz hab ich 15er und das ist der alte so was hab ich hier noch wird irgendwie verkaufen Inventar Einstellungen Übersicht hm gut schließen äh ich will nicht ich will noch was Alter hier sind ja schon Level 17er sucht dies Alter ohne Spaß nehmen sie mich schon extra frei um dieses Spiel zu spielen hier kann ich mir ohne schleißen ich will hier was kaufen und was krasses man Ja Jäger Was hat der hier im Angebot Oh Level 20 Na klar Kann man hier nichts verkaufen ihr könnt mich am Arsch lecken ihr könnt mich alle am Arsch lecken mit euch red ich nicht mehr ich geh jetzt zu den Typen da hoch Boah Ich brauch ne neue Waffe ne geilere Alter du musst du siehst schon ein bisschen fett aus muss ich mal sagen Huhu Hallo So Die Waffe war da oben Ein Löwenkopf Arschon Arschon Ja Ja So was hast du hier Level 4 Och Legg mir am Arsch Ne Das ist äh Scharfschützen hier will ich aber nicht haben Schrotflinte Uhhh Ach 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 vergleichen Kann man hier nicht Das hier verkaufen Hier Das Zeug Material Abgeben Direkt dafür jetzt gekriegt Nisch Zerlegen Ah Da kriegt man wirklich was für Zerlegen Das hat ja bloß Level 100 Disziplin plus 5 Disziplin plus 7 Digger Weg mit dem Scheiß Auch hier Alle zerlegen Alles billig scheiße So ja weg mit Ah hier ist noch ein Helm So was haben wir hier noch Hier ist noch Ne den Teig schon Das ist doch geil So Dann Gehen wir mal zurück Ich hab 395 Credits Was Ihr könnt die sogar kaufen Ja aber ich hab das Löll nicht Pass auf dich auf Das war ne Anmache oder Pass auf dich auf So Was ist hier Das der im Angebot Poststelle Dein Name Ich habe keine Nachrichten Wiedersehen Baby So Ähm Dann machen wir jetzt die Level 4 Mission würde ich sagen Das andere haben wir jetzt nichts zu tun Die Ladezeit ist wieder Ich hab überlegt ob ich die irgendwann einmal rausschneide wenn die zu lange hat aber dann müssen wir uns mal kurz nochmal überlegen Man könnte ja in den Kommentaren schreiben ob ich die rausschneiden soll oder ob ich da einfach irgendwas erzählen soll aus meinem Leben oder so Das wird irgendwie interessiert Was ist das hier? Patrouille des Cool Ne warte mal Nicht cool Nicht cool Warte mal was haben wir denn hier noch Was ist das? Level 8 Strike Story Patrouille Ich mach mal jetzt die Patrouille erstmal Das ist ja bestimmt bloß Leute töten Mal sehen wie das läuft Haben wir jetzt Ein bisschen krasse Rüstung aber ich denk mal nicht dass das viel ausmacht Das wird bestimmt erst irgendwann Mit Level 8000 wenn du dann gegen Level 2er Typen kämpfst dann Kriegst du vielleicht bloß Ein bisschen Schaden So Ladezeit Mal wieder Das ist wirklich beeindruckend Das wird so viel in Anspruch nimmt Aber jetzt geht's los Oh mein Gott Dramatische Musik Die Steppe Okay Jetzt gehen wir wohin wir wollen Nichts hält uns zurück Hier haben Hüter Leuchtsignale für den Turm platziert Wenn wir sie finden Können wir der Stadt helfen Ich habe schon ein paar entdeckt What the fuck Wo ist denn hier? Mission verfügbar 60 Meter Und los Oh 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 Wo denn wo denn wo denn Ja zu weit Ach der Laster Nein Ey ohne Scheiß Missgeschick Wieso kann man denn da runterfallen Das ist doch Bullshit Das ist doch Bullshit Fick dich Und fick Dich sowieso Komm raus Komm raus du Opfer Was ist denn mit dir? Maul Von hinten Mann jetzt Ich habe Double Jump Digger Ich verstecke die Muschi Alter What the fuck Mission annehmen Eine Nachricht von Eva Levante im Turm Ich suche nach Skans von Überresten Aus dem goldenen Zeitalter Analysiere Flüssigkeitsreaktor Und los Und Granati Oh die sitzt Alter what Ich weiß nicht warum die so eine Verfolgungsschüsse haben Ist doch mega unfair Maul Wo muss ich hin? Darin wieder Oh ne ey Was ist denn nicht hier immer Was macht der immer bumm hier Hier sind Gegner Hier ist ein Gegner Da drinnen oder hier Da ist noch einer Der versteckt sich Feige Sau Bei mir sterben alle Das hier bis So Ey muss ich schon wieder hier rin? Das ist alles scheiße Ey ist ja Beute Förster 2 1 Sind die gut? Sind die was scheiße? Ach kann ich die auch während ich da Während ich hier bin trashen ja? Das ist ja cool Cool Also muss ich nicht mal verkaufen gehen Das ist schon mal echt Das ist eine richtig gute Neuerung für Für Alle Spiele dieser Welt Oh ne Also muss Level 1 Geht noch Geht noch Das muss ich immer analysen Musik geht es noch weiter Ne da ist es Ach noch weiter Oh nein Oh nein Ich ahne Schlimme Oh mein Gott Wenn das immer tiefer und tiefer geht Ich mag das nicht Das ist immer immer böser Das kann nicht gut enden Hä? Da ist Ronaldino mein Freund Ne jetzt direkt da hinten hin Kann ich hier umfahren? Ne anscheinend nicht Was ist denn hier nu? Oh Gott Vanardi Hinter mir? Über mir Oh Gott Der ist ja mega beschissen gerade Oh ne alter Level 4 Ja na klar Ist logisch Na komm Wir sind Level 4 Digga Ist doch blödsinn Alter ist doch nicht euer ernst Wo ist denn mein Freund? Da ist mein Freund Mein Kumpel ist da Ich hab da richtige Probleme Jetzt sind mein Freund nämlich da Jetzt sind meine Kumpels da Du Wichser Und du Wichser Und du Wichser Ja da sind meine Kumpels nämlich Ich hab da jetzt ein Problem Jaa Na wer hat die größten Eier jetzt ihr Penner Kommt alle her Sechs Sphären das Licht erzeugt Wird sind das schon wieder für den Spaß Wo ist denn jetzt hier? Ja will mich doch richtig hart verarschen Jetzt bin ich zu faul Wenn man mir sowas gibt Bin ich echt richtig faul Laden? Bin oder? Was für ein Laden? Ey ganz ehrlich Ey Ernsthaft? Ernsthaft? Was wollt ihr? Wie viel Level haben die denn? Wie viel Level haben die denn? Stimmt Level 8 Millionen? Jawoll Scheiße Fahr los Fahr los Dreh um Die sind zu krass Die sind zu krass Ich hab meine Frage Äh Der sagt ich muss hier durch Analysiere bei den Fünf Und schick Hä? Kommt mal nie raus Ich weiß nicht was die von mir wollen Auf den Weg auf dem Ding immun? Nee kann ja auch nicht sein Okay, okay Ich bin durch Ich bin durch Nein Nein Oh Gott Alter Wo denn? Hier 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 ist die Stelle Mach hinne Mach hinne Mach hinne Ich hab dir die Schafft Oh Gott Gute Arbeit Gib mir Gib mir Gib mir Oh Gott Nein Ey kann echt nicht Der hat mich echt nicht anhaben gerade Muss ich mal feststellen Guck mal hier Oh Hahaha Ja ähm Kann mir doch was anhaben Anscheinend So jetzt muss ich hier die nächste Mission machen Oh Gott ey Das ist ja richtig kranker Scheiß hier Das ist eine Mission Ja dann könnte er die schöne alleine machen Dann könnte er die schöne alleine machen Ganz ehrlich Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist doch alles Blödsinn Das ist doch alles Blödsinn Ich muss hier raus Ich muss hier weg Ich komm ich Hier bin ich hier hergekommen Ich muss hier weg auf jeden Fall Aber ich habe doch gerade noch so eine andere 200 Meter Umweltsmission Oh Ja sorry Wow Oh Alter Oh oh Sag mal Nein Ich bin schon wieder tot Hahaha Aber wie macht das nur Spaß mit dem Teil Okay Jetzt nochmal ganz ruhig Was ist das hier? Sieht aus wie eine Mission So annehmen Warte mit zu von mir Hat jemand Zeit für einen Beutezug mit mehreren Zielen? Übertrage Details Übertrage Details Okay Fahrzeug machen Vertreibe unsere Feinde aus den Gebieten um das Kosmodrom Die da Ganz ehrlich Manche Leute Wollen mich doch einfach nur völlig verarschen Wo soll ich denn hin? Was wollt ihr denn? Ey das ist doch nicht Ganz ehrlich So Ist doch alles nicht euer Ernst Kann ich jetzt mal hier irgendwie mal meine Ruhe haben kurz? Wo muss ich denn jetzt hin? Wo soll ich hin? Sag es mir Ich habe keine Ahnung Was soll ich jetzt machen? Ich gehe jetzt in Orbit Das wäre zu trof So meinst du Cut? Leute Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Destiny Wenn wir denn hier die normalen Mission machen Weil irgendwie ist es ja total komisch, dass da bis Level 9 alles mögliche dabei ist Gut Gut Dann bis zum nächsten Mal und Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal